Und damit ein sommerliches Hallo und guten Abend zu eurem kleinen, nerdingen Podcast. Oder mit anderen Worten, es ist Podcast, meine Kerle. Hallo Hauke. Hallo Micha, Grüße aus dem doch ziemlich warmen und leicht gewittrigen Norden an den, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ist es bei dir? Ruhig draußen, erträglich. Tropisch warm. Tropisch, okay, auch nicht gut. Und natürlich an alle, die jetzt gerade zugucken oder das irgendwann aus der Konserve hören, beziehungsweise sehen, ihr seid alle gegrüßt, egal wo ihr hier gerade kommt. Und ob ihr schwitzt oder trocken seid. So, das war der sommerliche Teil davon. Ja, sozusagen. Ja, wie man sieht, wieder zu zweit, weil Jean unpässlich ist, sagen wir es mal so. Ja, wichtige Termine, Termine, Termine. Ja, der Sommer ist ja meistens bei jedem irgendwo ausgebucht. Ja, also es gibt ja genug Dinge, die man machen könnte, wenn man jetzt unbedingt raus wollte. Zum Beispiel die Kieler Woche ist bei uns jetzt ja gerade. Aber erstens, ne, ich hab was Besseres vor und zweitens, ach nö, ist mir jetzt auch zu warm für sowas. Aber ja. Ja, ein bisschen los ist ja immer irgendwo was. Also von daher haben wir uns jetzt vor den Bildschirmen eingefunden, weil wir einfach was Besseres vorhaben. Und ja, zwei Wochen ist es ja schon wieder her. Irgendwie gefühlt, so wirklich was Spannendes war jetzt nicht dabei. Hast du irgendwie was Spannendes? Na, irgendwie sind wir nicht nur im Hochsommer angekommen, sondern auch im Sommerloch gefühlt. Was ich halt als einzige News, die es ja doch gibt, das dürfen wir jetzt eigentlich nicht runterreden. Das Einzige, was ich spannend fand, ist, dass Suse CentOS 7 am Leben erhält. Stimmt. Das fand ich dann durchaus interessant, dass die da für CentOS 7 in die Bresche springen. Und dahingehend, ja, das Ganze noch mit Updates versorgen. Zwar natürlich gegen Entgelt, so wie es aussieht. Aber, ja, steckt ja Arbeit hinter, das muss ja auch gewürdigt werden. Aber das zeigt mir mal wieder, dass es dann doch wirklich irgendwo Projekte gibt, die einfach nicht so einfach updatefähig sind. Also da, wo die Leute gerne hin möchten, nämlich Richtung Cloud-Native und alles ist quasi nur ein Container und leicht austauschbar. Da sind wir noch weit, weit weg. Das ist wohl wahr, äh, CentOS 7, wann ist das überhaupt rausgekommen? Oh, das, äh, also 30. Juni soll's auslaufen, offiziell, und ich guck grad bei DistroWatch, wenn ich's finden würde. CentOS und 7... Achso, 14, 2014 ist es rausgekommen. Ja. Also, eigentlich die 10 Jahre sind rum und trotzdem, ja, gibt's immer noch Leute, die das Ding nicht updaten können aus Gründen. Das zeigt mir wieder irgendwie, äh, dass wir dann doch nicht so agil sind, wie wir es gerne wären. Also, in einigen Projekten. Ich merke das jetzt selber. Bei einem kleinen Beispiel mit einer Nextcloud. Ich hab die damals nativ installiert und will die jetzt eigentlich in ein Docker-Environment verschieben. Ja, aber da arbeiten jetzt Kunden drauf und, ähm, da jetzt mal ein Datenbank-Dump und einen File-Zip zu machen, ist auch nicht mal so schnell gemacht, so nebenbei. Okay. Zumindest nicht in der Arbeitszeit, weil die sich überschneiden, also, äh, schade. Mhm. Also, ich hab ja mal so eine Nextcloud von einem V-Sower auf den anderen umgetopft, inklusive Neuinstallation. Ähm, ich hab, ich hab auch eine Menge dazu mitgeschrieben, aber noch keine Folge draus gemacht. Mache ich vielleicht irgendwann mal. Also, so ganz trivial war es nicht. Allein deswegen, weil auf dem neuen System ein zu neues PHP drauf war, sodass ich das, äh, alte nicht direkt umziehen konnte, um das denn, äh, Version, Version immer hochzuziehen. Ich musste erst mal ein Downgrade auf ein altes PHP machen, dass ich mit dem, was auf dem alten V-Server drauf war, dass ich überhaupt das zum Laufen gekriegt habe, um diese Update-Prozesse zu machen. Also, das, äh, hatte so eine Gefallstrecke, die ich so, ähm, nicht vorausgesehen hätte, aber ist ja alles irgendwie logisch erklärbar. Die alte, ähm, Nextcloud-Version war aus, also, war halt deutlich älter, also war irgendwie noch, äh, quasi so in dem Wartungsfenster drin, aber, ähm, es war abzusehen, dass das nicht mehr allzu lange halten würde. Von daher musste sowieso was gemacht werden. Und das denn auf eine neue Distribution mit einem deutlich neueren PHP umzuziehen, naja, gut. Daran konnte damals keiner denken beim Entwickeln von dem, äh, äh, von der Nextcloud. Also, ja. Ja, aber das war auch ein Projekt, was wieder länger gedauert hat, als gedacht. Ich bin jetzt auch schon wieder unscharf, ne? Aber ich sehe das nicht in meinem Vorschau-Bild. Also, wir, wir, wir überlegen ja immer noch, warum es so aussieht. Also, ähm, dass ich immer so gepixelt bin, also ich hab jetzt die, obwohl, ach, meine, ähm, Bitrate ist jetzt auch ordentlich runtergegangen. Ich weiß auch nicht, warum. Hm. Also, im OBS selber sieht's noch gut aus. Es ist, es ist sonderbar. Es ist einfach sonderbar, warum das so ist. Und der Upload hat sich nicht signifikant verändert. Das ist dieses mysteriöse Internet. Ja. Also, mein Upload ist jetzt deutlich geringer geworden. Ich weiß aber nicht, warum das jetzt auf einmal so ist. Hm. Doch mal wieder nach einer anderen Alternative suchen. Hm, mal gucken. Gut. Solange der Ton passt, ist, ist das immer relativ egal. Ja. Also, bis jetzt ist alles gut. Jetzt, jetzt, jetzt gibt's wieder mehr. Mehr Pixels ist. Ja, 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 auch mehr Upload. Oh, nee, jetzt bin ich wieder scharf. Also, es ist unglaublich. Also, vor allem ist es irgendwie nicht so wirklich nachvollziehbar, warum das so ist. Egal. Darum soll's ja auch nicht gehen, wenn man's nachher sowieso bloß nachhört, ist es ja egal, wie wir aussehen, ne? Und du siehst sowieso ja immer scharf aus, von daher ist ja alles gut. Ja. Ja, weil ich da gar nicht... Ich weiß nicht, dass ich nicht so reagiert. Ja, ja. Ja, weil ich immer das Ganze nicht über OBS Ninja hier quasi abgreife, mein Bild. Aber es ist ja auch egal, wie das hier funktioniert. Ja. Ähm, ja, also, ich weiß nicht, also, auch die letzte Woche hat mich wieder so beschäftigt mit, mit, mit E-Mail. Da ging einige Sachen mal wieder nicht, ähm, total irre. Ähm, war das schon beim letzten Podcast? Ich weiß es nicht. Nee, 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 das durfte noch nicht beim letzten Podcast gewesen sein. Auf jeden Fall hat's geschafft, ein großer Hoster in Deutschland, ein großer deutscher Hoster, hat's geschafft, bei Spamhouse mit seinen Resolvern, also sprich seinen DNS-Servern, auf der Blockliste zu landen, weil einfach zu viele Anfragen für ein freies Volumen erreicht wurde. Und dieser Hoster war so dreist, also wirklich, muss man sagen, wie es ist, das war echt dreist, ähm, die Störung zwar zu melden und dann zu sagen, die ist behoben, aber im Endeffekt wurde die nicht behoben. Und nur in einem, ähm, ähm, Forum, oder in deren Forum, äh, hat da mal der, äh, Oma-Guru, äh, Admin gesagt, naja, wenn ihr selber einen, äh, äh, Mail-Server betreibt, installiert euch doch selber einen Resolver drauf, dass die Anfrage dann direkt von dem IP-Adress-Bereich kommt. Und dann, also, da wäre ich schon fast rückwärts vom Studie fallen, wäre da nicht eine Lehne dran gewesen. Also, ich weiß nicht, ob du dich mal damit beschäftigt hast, mit solchen, äh, Sperr-Szenarien, die gehen ja nicht nur einzeln per Einzel-IP, sondern auch per IP-Adress-Bereich. Und im Endeffekt haben sie nur das Problem verschoben auf eine gewisse Zeit. Aber die Ausrede war auch, ähm, wie bei anderen großen, äh, Hostern, äh, ist da das Volumen erreicht und, ähm, scheinbar wollen sie nicht, äh, äh, das Geld in der Hand nehmen, das möchte Spamhaus dann in dem Moment. Einfach die, diese Anfragen, äh, dieses Anfragevolumen zu erhöhen, wie auch immer. Da ist mir aber eingefallen, das war jetzt eigentlich quasi nur die Brücke, die ich schlagen wollte, diese erzählerische. Erstmal ist, ist das ein bisschen peinlich, aber, ja, mein Gott, äh, ist, ist okay. Ähm, auf jeden Fall ist mir dann aufgefallen, eigentlich so marode und kaputt, wie E-Mail ist. Weil das Problem war gewesen, auf sämtlichen Hosting-Servern, die wir, oder die ich, äh, betrieben hatte und auch alle anderen bei diesem, äh, Hoster, die diese Blocklisten, diese DNS-Blocklisten benutzt haben, ähm, hatten das große Problem, wenn man dort gesperrt ist, kriegt man gar keine Info mehr. Und grundsätzlich wird dann alles geblockt über diese Blockliste, weil man keine Info mehr kriegt. Äh, das ist so ein bisschen wie, äh, SPF mit, mit, mit Tilde, entscheide selber, nur die, äh, Entscheidung ist, äh, die dümmste, die man treffen kann. Ähm, und dann hast du das Problem, oder, äh, Kunden von mir hatten das Problem, dass sie keine Mails mehr von außen reinbekommen haben. Oder nur noch sehr, sehr wenig. Ähm. Ähm, da ist mir aufgefallen, so marode und kaputt, wie E-Mail ist, weil ja durch die ganze Spam-Prävention und ähnliches ja, äh, aus dem ARPANET-Protokoll ja immer wieder irgendwo ein Pflaster und sonst da was für ein Klebchen drumherum geklebt wurde. Eigentlich müsste man es ja von Grund auf, äh, neu aufziehen. Ähm, ist es aber auch genau das, was wir noch brauchen, um uns für den ganzen, ähm, äh, ja, KI, äh, Quatsch, so ein bisschen zu wehren, dass man irgendwo immer noch was Dezentrales hat. Ist mir so aufgefallen. So, so, so kaputt und marode, wie dieses System ist, ist es aber ein System, was wir noch komplett selber kontrollieren können. Da wollte ich jetzt ungefähr hin. Ich hoffe, man konnte mir da folgen. Ähm, oh, ja. Da, äh, also, ähm, ein bisschen unabhängig kann man ja auch mit anderen Systemen sein, also so Matrix-Server kannst du auch selbst aufsetzen. Die sind ja auch föderiert, also was Ähnliches kann man damit, äh, ja auch machen. Und, was gibt's denn noch? Mastodon ist ja auch so ähnlich. Stimmt, Mastodon, ja. Nur E-Mail ist immer noch in Deutschland so gefühlt das wichtigste Firmenkommunikationsmittel. Ähm, ja, also, ich sehe auch keinen wirklichen Nachfolger dafür. Also irgendwas, was so universell ist und trotzdem auch wirklich so funktioniert. Das ist ja, also, es ist zwar scheiße, aber nicht, ähm, so komplett, dass man's kaputt, sodass man's nicht benutzen könnte. Also, es funktioniert ja doch, ähm, immer noch, ähm, also, es funktioniert halt, ne, also, üblicherweise funktioniert's halt gut. Auch wenn's für viele Dinge ja überhaupt nicht gedacht war. Also, sowas wie Anhänge oder so, das war ja ursprünglich nicht, äh, nicht gedacht, dass man sowas damit macht. Und diese ganzen Sachen, die wir oben, äh, draufgekriegt haben mit, äh, SPF hast du ja schon angesprochen und diese ganzen Spam-Sachen, das ist ja alles irgendwann mal mit dazugekommen aus, äh, ja, aus der Not halt dazu, ist es dazu gekommen. Und, ähm, ja. Ja, aber, äh, im Großen und Ganzen, es funktioniert irgendwie. Es ist so, dass, das Faxgerät, das Internet, also, gut, dass man's irgendwie hat, es funktioniert und, ja, irgendwie was anderes. Also, über, naja, Matrix hab ich ja auch einige Kanäle und, äh, auch Direktkommunikationen darüber. Also, ich seh's nicht als Ersatz für vieles. Oder, Mastodon, äh, hat ja eine ganz andere Zielgruppe. Das ist ja sowas ähnliches wie Twitter. Das ist ja eher ein Kommunikationsmittel, über das man was öffentlich, ähm, über sich kundtun möchte. Also, nicht private Kommunikation. Dafür ist es ja nicht gedacht. Ja, und dann haben wir hier, äh, D-Mail. Das ist ja jetzt, also, es war eigentlich ja von vornherein abzusehen, dass das irgendwie nicht wirklich eine gute Idee ist. Und da, äh, ja, also, der letzte Anbieter hat's jetzt ja wohl auch, äh, oder will's dicht machen und so. Also, solche Ideen gab es auch. Also, von der Idee oder von der Umsetzungsidee war's teilweise ja schon sehr grenzwertig, dass andere Leute für dich unterschreiben. Also, dass du nicht selbst signierst, sondern dass das andere machen. Irgendwann haben sie ja nachge, ähm, irgendwie eine andere Variante noch gemacht, sodass du es auch noch selbst signierst. Aber da waren so viele Designideen drin, die einfach nicht gut waren. Ja, also, ja. Ja, und jetzt? Ja. Ja. Das, das ist halt immer das Problem. Man muss ja auch dazu sehen, äh, dazu betrachten, dass der E-Mail, ich hab's ja vorhin angerissen, ARPANET, SMTP, also, 70er, auch schon 50 Jahre grob alt ist. Also, das ist ja in die, in die Gesellschaft reingewachsen. Und alles andere an Alternativen gibt es ja nicht. Das Problem ist ja, was ich sehe, so dezentral wie es ist, ähm, hat man ja immer noch das Problem, dass ein großer Anbieter am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Das sehe ich Woche um Woche, ähm, auf der Arbeit, wenn dann immer Microsoft mit seinen, ähm, willkürlichen, muss man sagen, eigenen Blocklisten arbeitet. Wir haben eigene Blocklisten, die definieren eigene Regeln, wann man auf dieser Blockliste landet. Entweder wird man gedrosselt im Durchsatz, dass man nicht mehr ganz so viel zu Microsoft schieben kann, oder eben komplett geblockt. Die sagen eigentlich, was, was der Ursprung ist. Das Einzige, was sie möchten, ist, dass man sich bei Microsoft zwei, äh, Programme anmeldet, damit Microsoft mehr Daten von dir abgreifen kann, wo ich mir denke, das ist jetzt nicht, äh, der, der Weisheit letzter Schluss. Ha! Werbeblock! Damit, äh, genau, damit ganz kurz zu, äh, Haukes YouTube-Kanal. Nicht dabei seit letzter Schluss, wo das gerade ausgestrahlt mit wird. Ähm, da gibt's immer sehr, sehr interessante, ähm, Videos zu allerlei interessanten Themen, die dich gerade aktuell beschäftigen. Auch diesmal, äh, mit ohne blaue Haare. Ohne blaue Haare, ja. Aber so ein, ähm, kleiner Rundumschlag zum Thema KI, Medien und sonst was, äh, was ich ja üblicherweise nicht so mache. Aber, ähm, wenn, wenn man sich mit den KI-Dingen beschäftigt und gerade wie Bildgeneratoren eingesetzt werden und sonst irgendwas, dann sieht man schon, wie sowas teilweise verwendet wird für Zwecke, die vielleicht nicht so gut sind. Die sind aber auch nicht grundlegend neu. Also so, wie, äh, Medien arbeiten, beziehungsweise sehr schlecht arbeiten. Also sowas wie, äh, mehr oder weniger kunstvoll retuschierte Bilder hat's ja schon ewig gegeben. Äh, also auch schon in einer Logzeit und, äh, auch vor 5000 Jahren schon. Also die Ägypter waren da schon Vorreiter, was das angeht. Und so weiter und so fort. Und das ist so ein kleiner Rundumschlag inklusive einem kleinen, ähm, 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 ja, Rätsel. Könnt ihr ja noch mal gucken, das Video. Da ist ein Rätsel und als was sich der Pinguin verkleidet hat. Ich glaube, du bist da irgendwann sogar drauf gekommen. Du bist ja meine, äh, Testgruppe oder in meiner Testgruppe für diese Rätsel drin. Oder? Ja. Du hattest das. Das war jetzt das erste Rätsel, was jetzt in dem Video drin war. Das zweite kam noch nicht, oder? Nee, das, äh, das zwei, nee, das zweite, ähm, das hab ich einfach so veröffentlicht, zum Mitraten. Aber da ist der Schnurrbart ein bisschen verunglückt. Also der gehört anders. Ja. Aber ja, kenn ich beides. Was man auch beides kennen sollte, ist, äh, von unserem abwesenden Genre, einmal Linux Guides und Linux Guides Admin als, äh, YouTube-Kanal. Und eben die, äh, Webseite linusguides.de. Und bei SlashLive sind wir auch gerade, äh, in diesem Moment, äh, am Donnerstagabend ab 19.30 Uhr jeden zweiten Donnerstag immer live zu sehen und zu hören. Und oder, äh, wer schon so modern, also was heißt so modern, wer Bock auf Twitch hat, ja, wer Bock auf, sind nur Probleme, wie bei SMTP, kommen wir gleich wieder dazu. Das ist das Prämix. Und vorher nochmal, äh, zu, alle, die Bock auf Twitch haben, äh, twitch.tv slash Saint of Sinner, das ist meine Wenigkeit auf Twitch, da sind wir auch gerade live. Und ansonsten, äh, Grüße an alle Spotify-Hörer, diesen Podcast gibt es dann auch immer noch auf, äh, Spotify zu hören. Und auf dem Kanal von, äh, den Tux-Tagen wird der auch nochmal, ähm, geschnitten hochgeladen, sozusagen, ohne Intro. Werbung Ende, oder wie man so schön sagt. Nee, 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 ich würde noch sagen, also du warst ja mit dem, was du machst, eigentlich noch gar nicht durch. Also, bei dir gibt's ja nicht nur jeden zweiten Donnerstag, eigentlich gibt's ja fast jeden Donnerstag, es sei denn, du hast wirklich was viel, viel Besseres vor. Und jeden Dienstag hast du auf Twitch doch natürlich auch noch was. Ja, stimmt, also bei mir ist das geteilt. Dienstag ist so ein bisschen Gaming, ich, äh, man sieht's mir nicht an, aber ich bin alt, äh, äh, bei mir gibt's immer meistens so ältere Spiele, aktuell über den Sommer. Äh, äh, und Donnerstag, äh, Technik aktuell so ein bisschen Open-Sense-Firewall-Geschichte. Heute im Anschluss dann, äh, gehe ich mal ganz kurz im Schweinsgalopp sozusagen zum Access-Point fürs WLAN, über den ich, oder für den ich mich entschieden habe, ganz kurz durch. Das wird dann im Anschluss passieren. So ganz grob. Und natürlich, ähm, wenn Jean nicht da ist, bin ich immer sehr unvorbereitet. Im November gibt's die Tux-Tage. Unsere, äh, Internet-Live-Veranstaltung. Alles rund um Open-Source. Im zweiten November. Genau. Und dann gibt's noch alternativ im September. September, genau. 19. bis 21. September, die Kilo Open-Source-Linux-Tage. Und da bist du auch mit dabei. Und, äh, Jean natürlich, also, in wirklich live vor Ort. Und ich, äh, auch. Und da haben wir zweieinhalb Tage Programm mit, äh, Vorträgen, Ausstellungen, Workshops. Gemeinsames Grillen, Frühstücken, äh, Verlosung, äh, ja, äh, so Treffen von sehr vielen Menschen an einem Ort. Und, ähm, viele von den Vorträgen werden auch live übertragen und sind hinterher als Mitschnitt auch noch verfügbar. Gut. Ich glaube, dann haben wir auch jetzt wirklich alles, oder? Genau. Jetzt haben wir Werbung Ende. Ähm, was war nicht der weiße letzter Schluss? Naja, E-Mail und die ganzen, ähm, Lösungsgeschichten drumherum. Also, äh, ja, es gibt kein wirkliches Alternativmedium, was du eben wirklich frei benutzen kannst und wo eben sonst keiner dir rein, äh, diktieren kann. Auch wenn es die Großen versuchen. Wie gesagt, also, Microsoft ärgert mich ungemein, obwohl ich kein Microsoft mehr benutze aktiv, aber es ist zum Haare raufen manchmal. Also, wenn man Mail-Admin ist, dann öfter, dann sieht man das ja, da hat man keine Haare mehr zum Raufen. Dann war's beiseite. Aber, ja, also, Microsoft ärgert mich immer ganz oft. Und bei den anderen Anbietern, da geht's eigentlich. Also, ähm, die haben wenigstens keine eigenen Blocklisten. Das ist dann nicht, also, wenn die einen blocken, dann meistens wirklich, weil man irgendwo auf einer Liste ist, weil dann doch mal was passiert ist. Also, da ist, ähm, die False-Positive-Rate deutlich geringer. Ja, deswegen sollte man doch eigentlich sich überlegen, ob man, ähm, noch den großen Anbietern noch mehr Hebelwirkung oder noch mehr Macht geben möchte, sozusagen. Das, äh, ich find's immer schwierig, wenn dann Leute, äh, wenn man von Leuten hört, ja, hier mit der E-Mailerei, wir sind jetzt zu Office 365 gewechselt, da ist jetzt alles viel besser. Oder, was hattet ihr denn vor? Naja, hier bei dem und den, äh, so einen eigenen Mail-Server. Warum seid ihr da weg? Ah ja, war nicht so. Ja, was? War nicht so. Naja, das war nicht so. Und ach, das, hm, na, so ist immer viel besser. Hm. Okay. Ja, schwierig. Also, da scheint wohl kurz mal der Microsoft-Vertreter durch, äh, durch das Foyer gewandert zu sein. Man, man, man möchte bunkeln. Hm. Das kann vielleicht sogar sein. Ja, aber du hast halt recht, es gibt nicht wirklich Alternativen, um wirklich Mail-Konkurrenz zu machen. Und Mail selber ist, äh, man fühlt sich da so ein bisschen, äh, ins, ins Fallout-Universum versetzt. Also, die sind technisch stehen geblieben, aber die Technik, die sie haben, die funktioniert irgendwie und wird auch inflationär benutzt. Also, äh, ich weiß. Ich weiß das immer nicht. Also, manchmal denke ich mir, wir, wir, wir leben schon irgendwo in einer ganz komischen Dystopie. Aber naja. Kommen wir mal weg zu meinen, äh, Gedanken. Was hat dich die Woche so bewegt oder die Wochen? Ähm, wo du? Moment, Moment. Ja, ich hab mir ein paar Sachen raus. Also, so, ja, immer mehr oder weniger war es halt, äh, Dienst nach Vorschrift, so ungefähr. Also, nichts, was mich jetzt wirklich, ähm, so beruflich vom Hocker gehauen hätte. Von daher hab ich dann mal geguckt, was so die, ähm, ähm, Medien, äh, da aus unserer Bubble gesagt haben. Interesse, also, Recall von Microsoft hatten wir ja schon häufiger. Witzig finde ich, dass es jetzt eine Open-Source-Variante davon gibt. Also, die haben dasselbe Prinzip jetzt irgendwie nochmal, äh, selbst programmiert. Das ist plattformunabhängig und, äh, macht auch Screenshots und macht, äh, da Texerkennung drauf und was weiß ich, äh, Bluffhase. Und das wirklich bei dir lokal laufen, also nicht, ähm, wie bei anderen, wo es heißt, ja, das läuft lokal, äh, mit so ein bisschen, ja, vielleicht doch nicht so, wenn, Gründe. Ähm, ja, also, irgendwie scheint es für dieses, oder für diese, diese Art von Produkten vielleicht eine Nachfrage zu geben. Also, äh, dass es wirklich einen Bedarf dafür gibt, sodass man, oder, äh, was heißt man, also, dass es genügend Leute gibt, die sowas machen möchten, um das selbst zu programmieren und auch irgendwie zu nutzen. Ja, hm, also, fand ich irgendwie interessant, dass man das denn macht, bin ich irgendwie drüber gestolpert, aha. Also, es heißt Open Recall, das Ding gibt's bei GitHub. Vielleicht gucke ich mir das sogar irgendwann mal im Video an, einfach, weil ich's auch teilweise etwas abstrus finde. Also, ähm, irgendwie ist mir jetzt kein Anwendungsfall für mich da vorgekommen, dass ich sowas bräuchte. Also, ja, aber vielleicht gibt's ja wirklich Leute, die sowas gerne benutzen möchten, dass du dir, den fällt ein Stichwort ein und dann sucht da so ein Datenbankgewusel was raus und sagt, ach, übrigens, vor fünf Wochen hast du dir zu dem Stichwort diese Webseiten angeguckt und hast du eine Überweisung an XY gemacht. Vielleicht sowas. Also, vielleicht gibt's wirklich einen Bedarf dafür. Ja. Hätte ich's drauf, hätte ich's garantiert schon geforkt, das Open Recall und es einfach Total Open Recall genannt, nur für den Wortwitz. Ja, das lässt sich doch schnell machen. Ja, aber nur für den Witz ist es ja auch ein bisschen witzlos, also... Och, warum nicht? Ja, es wurde ja schon, also Recall an sich wurde ja schon Total Recall Spaß ist ja von den Leuten genannt, aber Total Open Recall ist... Äh, weiß ich's, äh, weiß ich's nicht. Vielleicht ist es nur in meinem Gehirn lustiger als ich weiß, das ist wirklich... So, ich spiel nochmal kurz hier mit denen. Ja, und ansonsten KI-Technisch, äh, hast du ja auch nicht weiter irgendwie was Neues. Du hast noch ein bisschen, äh, was versucht. Recall Total Open, oh, super. Ja, der ist noch besser. Ha. Ähm, ja, für ein anderes Pro... Mhm. Achso, jetzt bin ich sogar bei mir unscharf, das ist ja toll. Also, wenn du es schaffst, sogar in meiner Vorschau, die nur 1060p ist, noch unscharfer zu werden, dann hast du was falsch gemacht. Ja, jetzt hat sich die Kamera auch noch verstellt, also das ist jetzt ein Hardware-Feature. Hm, oh, jetzt gibt es schon mal schöne Farben. Jetzt gibt es wieder Farben wie vorher. Also, irgendwie scheint da... Das ist bestimmt KI, wenn man nicht weiß, wie es funktioniert. Oh, jetzt, ähm... Ja. Ah, ja, jetzt ist es schwierig. Keine Ahnung, das muss irgendwie KI-Inter sein. Irgendwie scheint es zu erkennen, dass jetzt es total egal ist, ob das jetzt scharf ist oder nicht. Ja. Ja. Ähm... So, wo waren wir abgebogen? Ob du dich nochmal mit, äh... Ach, stimmt. KI beschäftigt hast. KI, für, äh, für ein, äh, Projekt hatten wir die Idee, dass man, ähm, Fotos nimmt und die nochmal irgendwie durch eine KI entweder nachzeichnen lassen, ähm, möchte. Oder auch nur interpretieren lassen möchte. Du hattest, äh, damit was rum, äh, probiert. Wo du allerdings keinen konsistenten, äh, Stil rausgekriegt hast. Und ich hab nochmal was anderes. Also, es ist Teil von dem Stable Diffusion Web UI. Von diesem Automatic 1111-Dingsbumster. Ähm, und man kann da, indem man ein Bild vorgibt und dann ein Netz drüberlaufen, also so ein Bildgenerierungsnetz, das interpretiert das dann nochmal neu. Und da kann man so einen Schieberegler verschieben zwischen quasi 1-zu-1-Übernahme, wie es vorher war, bis zu sehr freier Interpretation. Damit hab ich ein bisschen rumgespielt. Keine Ahnung, vielleicht machen wir irgendwann da mal was draus. Aber so wirklich hundertprozentig gut war's bis jetzt noch nicht. Ja, muss man halt mal irgendwie gucken, ob man da noch was macht. Und wir werden mal dann sehen, ob wir dann Ergebnisse draus kriegen. Also, ich hatte wirklich massive Probleme, dort, ähm, konsistent, äh, ja, den gleichen Stil rauszubekommen. Also, das hat die KI noch nicht sauber verarbeiten können. Das ist, äh, schade gewesen. Wobei manche Ergebnisse da schon echt beeindruckend waren. Ja, das stimmt. Und, achso, wo wir gerade hier bei KI waren. Oder hast du noch was zu dem Bereich? Nee, nee, mach ruhig. Ähm, gerade vorhin drüber gestolpert. Äh, Mozilla möchte KI-Tools in Firefox einführen. Erstmal als Opt-in, äh, nicht als Opt-out. Ist ja schon mal gut. Und, ähm, es geht dabei um vertrauenswürdige KI, die bloß lokal auf dem Browser, äh, laufen soll. Und als einzige Anwendung, die jetzt da drin stand, war, alternative Texte für Bilder, äh, zu generieren. Also, für Blinde, da können die wohl sich ein Bild interpretieren lassen und sagt, diese KI hinterher, da drauf ist ein Baum und ein Hund oder sowas. Und, ähm, dieser Text, also dieser Nachrichtentext von linuxnews.de, da geht dann noch ein bisschen weiter. Und, ähm, am Ende steht dann dabei, ja, es gibt übrigens auch noch so ein Opt-in-Experiment in dem Nightly-Bild. Und, äh, und da hat Mozilla denn, ähm, weitere KI-Dienste mit dazu gepackt, äh, die unter anderem Chat-GPT, Google Gabby, die Hugging-Chat und LeChat, ähm, Ministrol, keine Ahnung, äh, wahrscheinlich was Französisches und weitere Dienste beinhalten. Also, äh, also einerseits sagen die hier vertrauenswürdige KI und auf der anderen Seite, äh, nehmen sie die, die ja nun eigentlich, oder sehe ich jedenfalls so, also wie Chat-GPT und Google sind ja nun überhaupt nicht vertrauenswürdig, deren Geschäft ist es, Daten zu nehmen, die auszuwerten und damit Dinge zu tun. Also, das ist das komplette Gegenteil. Ich meine, wie kann man das so zusammenpacken? Entweder man macht das lokal, dann würde ich sagen, okay, ist irgendwie vertrauenswürdig oder hoffentlich. Und, ähm, dann lässt man von dem anderen die Finger. Oder man sagt irgendwie, ja, wir machen irgendwas mit KI, ein Teil ist halt lokal und der ist vielleicht nicht so gut, wenn du das richtig gute Zeug haben willst, dann brauchst du das andere. Aber nicht so zu tun, äh, erst mal, ja, hier, vertrauenswürdig und überhaupt. Also, das passt irgendwie nicht zusammen. Hm. Ja. Ja. Auch eine spannende Entscheidung. Also, ich kann mir ja, äh, dabei denken, dass es dann auch um, äh, Geld gegangen ist. Denn, äh, Firefox wird, wer sponsert ist im Moment, ist das Google wieder? Also, eine Zeit lang war es ja mal Yahoo, dass die Suchmaschine als Standard vorgesehen ist. Die haben dafür jährlich auch sehr viel Geld gezahlt. Und, äh, ich glaube, es ist aktuell Google, die auch sehr viel Geld zahlen. Also, das ist der Hauptsponsor für Firefox, dass das wieder so eine Sache ist. Kann ich gerade aktuell leider nicht sagen. Also, wer da aktuell Sponsor ist, das verfolge ich nie aktiv. Also, hm. Ja, aber Daten sammeln sie alle. Also, das ist halt immer das Gemeine. Aber der Witz ist ja auch, in 99,9% der Fälle tun sie es ja auch ganz klar kommunizieren. Nur, wer liest heutzutage noch AGBs? Ja, ja. Es sagt ja auch keiner. Und im Endeffekt, wenn irgendwas passiert, äh, kann immer der Anbieter sagen, das haben wir ganz transparent in den AGBs, äh, kommuniziert. Also, äh, hätten sie nicht annehmen dürfen. Ja. Ja, stimmt schon. Ja. Da ist ja immer das Problem, was man so hat. Na, wie man's dann halt nimmt. Also, äh, es ist... Wir leben in interessanten Zeiten. Einerseits irgendwie, äh, sind bei uns noch die Bambusleitungen verbaut, während die anderen Konzerne versuchen hier mit offenen Händen alles aus uns rauszuquetschen, was die Bambusleitungen hergibt. Also, äh, äh... Es ist, äh, ja, komisch zur Zeit. Ich weiß immer nicht. Ja. Ich weiß nur, dass es mich ärgert, dass Jean heute nicht da ist, weil der war der Auslöser dafür, warum ich jetzt, ähm, so langsam aber sicher Applikationen schätzen und lieben gelernt habe, die meistens, äh, nur über ein Konfigurationsfile, ähm... Konsistent reproduzierbar sind auf allen anderen Systemen. Also, mit Caddy angefangen über das, äh, Caddy-File hab ich jetzt angefangen, ähm, mein Terminal zu wechseln. Also, ansonsten war es ja immer Konsole unter KDE, äh, das XFCE-Terminal unter XFCE und Gnom-Terminal unter Gnom. Ich weiß gar nicht, was das Rust, also nicht das Rust, sondern der Cosmic Desktop auf Rust dann als Terminal nehmen wird. Vermutlich erstmal noch das Gnom-Terminal, das weiß ich noch nicht. Ähm, bin ich jetzt wirklich, ähm, bei, äh, wie heißt es, Alacrity, äh, Alacrity gelandet. Genau, als, äh, Terminal, was über einen Konfigurationsfile plattformübergreifend immer quasi meine Ansprüche entspricht. Also, ich muss das Ding installieren und aus meinem Git kurz meinen, meinen Konfigurationsfile auschecken. Und ich hab auf jedem System wirklich konsistent die gleiche, ähm, das gleiche Benutzererlebnis. Da haben wir wieder das geflügelte Wort, was uns immer so, äh, auf, äh, oft, ähm, über den Weg läuft. Und das finde ich langsam aber sicher hochinteressant und ich, ich suche wirklich, ist mir aufgefallen, ähm, genau solche Sachen, damit ich wirklich nur noch Konfig-Files irgendwo sichern muss. Und dann, der, der Charme, den es ja auch hat, du bist nicht so lange mit Einrichten beschäftigt. Also, du musst nicht irgendwie da das anklicken, das umstellen, blabliblupp, sondern einfach wirklich Konfig-File nach, äh, dot-config irgendwo kopieren, fertig. Und das läuft genauso, wie du das konfiguriert hast. Also, das finde ich halt so charmant inzwischen. Geht's dir da ähnlich, oder, äh, ist dir das relativ? Also, das, das ist jetzt auch sehr speziell, weil ich wirklich mindestens auf drei Desktops unterwegs bin. Hm. Also, ich hab ja viele Konfigurations-Skripte, die sowas, ähm, glatt ziehen. Also, Common Install ist meine Skript-Sammlung, die ist auch veröffentlicht und die kommt hin und wieder auch in Videos vor, die ich mache, ähm, um solche Sachen, äh, zu machen. Und üblicherweise hab ich auch nicht so dieses, äh, also ein System für alle Zwecke, sondern es sind auch unterschiedliche. Also, jener, also ich sehe es mehr als so einen Baukasten mit diesen einzelnen Funktionen und Konfigurationswerkzeugen, die ich da habe. Und je nachdem, äh, was für ein System es werden soll, führe ich dann andere Teile davon aus. Und, ähm, einige, die, ähm, setzen, ja, was weiß ich, äh, sind zum Teil auch, äh, höchst sonderbare Sachen, die man bloß auf einem System braucht. Also, bei einem Laptop hab ich mich erschrocken, als ich auf der Konsole war, im Textmodus, dass das Ding beim Vervollständigen, also beim Tab-Drücken auf einmal zu piepen anfängt. Also, sowas hab ich schon seit ewigen Zeiten nicht mehr erlebt, dass so ein Ding auf der Konsole piept, aber dieses Gerät tut es. Warum auch immer das? Dann brauchte ich irgendwie eine Funktion, die das dann wieder wegschmeißt, denn es ist nicht einfach bloß so ein leises Erinnerungspiepen, das ist so, ähm, richtig laut auf dem Ding. Wie krieg ich das ausgestellt? Aber das ist eine Funktion, die ich jetzt bloß auf dem einen System brauche, überall anders brauche ich die nicht. Oder ob ich, ähm, ein System habe, wo so ein Lamp-Stack mit drauf soll, äh, das kommt ja auch nicht auf, auf Desktop-Systeme oder üblicherweise nicht drauf und, äh, oder ein Mail-Server oder sowas. Also, das ist so ein Baukastensystem und diese einzelnen Funktionen, die brechen diese Konfigurationsschritte auf, ähm, sehr wenige einzelne Parameter runter. Also, so ein, äh, Mail-Server mit, äh, DAF-CAD und, äh, Post-Fix, ähm, der, der setzt sich denn den Host-Namen, also den, den, äh, also den Mail-Server-Domain-Namen drüber. Meine Ohren! Nein, ich höre jetzt. Aber, ähm, äh, das setzt sich denn, aber diese ganzen anderen Konfigurations-Optionen, die sind da schon direkt vorgesetzt, werden zum Teil, äh, aus irgendwas berechnet, damit das alles konsistent ist und so. Also, von daher, äh, mache ich mir das relativ einfach. Und, ähm, wenn das ein System ist, was ich in der ähnlichen Konfiguration wieder aufsetzen will, habe ich da ein Skript drin mit einem Parametersatz, was diese einzelnen Funktionen, die ich da verbrauche, ähm, denn aufruft. Und das kriege ich dann auch relativ einfach wieder reproduziert. Also, sowas ähnliches, äh, mache ich quasi auch. Und der Hinweis war hier ja nix, ne? Damit könnte man das auch. Ist ja auch ein System, was eigentlich konsistent, äh, permanent, äh, über Konfig-Files, äh, gleich ausrollbar ist. Also, sorry nochmal für, für, äh, das Einsatzfahrzeug. Der hat hier wirklich in der Straße erst, äh, das Martinshorn angeschmissen. Also, äh, hab ich so auch noch nicht erlebt. Musste mal laut sein. Ja. Ne, das war die etwas andere Terminal-Glocke. Bei Gnome heißt das nämlich Terminal-Glocke. Das Ding. Was da so schön biep macht. Du kannst, du kannst es ausmachen oder noch die Töne ändern. Von, von nervig in ultra-nervig und um Gottes Willen, was ist das denn? Ich weiß jetzt gar nicht, ob, 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 ob die hier noch drin ist bei Popo ist, aber auf so einem, ich glaube, Vanilla-Gnome ist, ähm, ist, ist, ist ein Erlebnis für sich. Ja, 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 ja. Also, du bist quasi noch so, äh, ja, du hast ja jetzt einfach mal deine, deine, äh, Konfigur. Konfig-Skripte. Äh, jetzt auch Quatsch, die wegzuschmeißen. Ist ja quasi so ähnlich. Also, man kann natürlich auch was anderes nehmen. Gibt ja auch andere Lösungen, sowas wie Ansible oder so. Da gibt es ja sehr viele Module, mit denen du wirklich sehr vieles machen kannst. Also, es gibt ja viele von, von diesen Lösungen, die sowas machen können. Ähm, ja. Oh. Ja, ich. Aber, oh. 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 Also, für diejenigen, die es nicht kennen, das ist, ähm, einerseits ein Web-Server, äh, aber auch ein Reverse-Proxy und, äh, man kann die dollsten Dinge mit, äh, machen und man kann auch Module dazu packen, damit man darüber hinausgehende Dinge auch noch machen kann. Und das lässt sich üblicherweise durch eine einzelne Konfigurationsdatei festlegen. Also, äh, also einfach ein Verzeichnis, äh, vom Server freigeben als, als Web-Server ist mit, äh, wie viel, drei, vier Zeilen erledigt. Und das Ding holt sich dann auch von Let's Encrypt die passenden Zertifikate ab. Da brauchen wir uns ja auch nicht drum kümmern. Also, es ist wirklich ein sehr feines Stück Software. Und man muss dazu sagen, das macht er alles in unverschämt schnell. Hm. Das, das kommt noch dazu. Nicht nur, dass es unverschämt einfach ist, das Ding ist auch unverschämt schnell. Hab ich zumindest für mich so festgestellt. Ich weiß nicht, ob du das so bestätigen möchtest. Ähm, ja doch. Also, es kommt mir auch vor, dass diese Let's Encrypt-Zertifikate schneller, ähm, freigeschaltet, bewilligt werden, als wenn ich das jetzt unter, ähm, Apache zum Beispiel mit diesem CertBot mache. Also, das funktioniert. Die ACME, diese ACME-Challenge, ich hab das ja, das ist auch schon ein paar Monate her, äh, bei mir im Stream, hab ich ja meinen Web-Server umgestellt vom Nginx-Proxy-Manager. Weil, der mir so, ja, da, da war das Problem, dass es halt einer, äh, der Maintainer da war und der ist halt, dadurch, dass es ein Hobby-Projekt ist, äh, ist nicht so hinterher gewesen mit, mit den Updates, wie ich es mir gewünscht hätte. Und ich selber kann's nicht machen, also ich kann ihn da nicht unterstützen. Da war halt der Wechsel zu Caddy dann irgendwo vorprogrammiert. Und als ich's ausgerollt habe, hab ich einfach mit dem Docker Compose ab. Ich hab's dann per Docker, äh, ausgerollt, mal mit ins Lock geguckt und das war halt unverschämt schnell. Also, in, in komplett zwei Sekunden war das Ding, äh, gestartet, hat die ACME-Challenge gemacht und meine Webseiten erreichbar. Also, lass es vielleicht doch drei Sekunden gewesen sein. Aber alleine schon, dass dieses Zertifikatsaushandeln so absurd schnell war, also das hat mich dann doch, äh, beeindruckt. Und, und wie gesagt, ich muss da nur noch einen File backuppen, nämlich das Caddy-File, wo meine Konfiguration drin ist. Und dann krieg ich das, wie gesagt, immer sauber auf jedem weiteren System reproduziert. Und, ähm, ja. Ja, das hat jetzt so die Suche für mich nach Programmen, die ähnlich funktionieren, ausgelöst. Danke dafür schon. Also, er hat ja immer gesagt, Caddy ist so toll und, äh, ja, ich hab's immer von mir hergeschoben. Und, ja, jetzt wird's dann spannend, wie's dann hier im Homelab ist. Also, da ist die Umstellung auch noch, ähm, anstehend. Mal gucken, wie das wird. Ja. Genau. Ähm. Gibt es denn bei unseren Zuschauern irgendwie ähnliche Ambitionen, dass, dass ihr lieber alles einheitlich habt oder einfach konfigurierbar oder relativ komplex und dann selber geskriptet, das würde mich nochmal so nebenbei interessieren. Weil, ich muss echt für mich sagen, es hat jetzt für mich so eine gewisse Eleganz. Ich hab ja ein eigenes, äh, Git-Repo bei mir, äh, gehostet. Ich möchte das nicht auf, äh, GitHub haben. Das, äh, ich bin mir immer nicht sicher, weil, weil da Microsoft drinsteckt, ob das dann wirklich noch Open-Source ist. Also, man kann's ja selber unter Open-Source, äh, Lizenz hochladen, aber was macht Microsoft draus? Also, äh, keine Ahnung. Also, das, das finde ich immer ein bisschen komisch. Aber es hat für mich jetzt so einen gewissen Charme, dass ich alles, was ich brauche zum Arbeiten, äh, in meinem Git-Repo habe. Und immer, wenn ich eine neue Maschine habe, muss da einfach nur Git installiert sein. Und dann, äh, kriege ich das, äh, sehr schnell ausgecheckt und, äh, reproduziert. Dann haben wir als Antwort dazu, äh, eigene Skripte auch nochmal von Uwe und... Ja, nochmal nix und... Ja, also das meiste geht so in Richtung einfach und einfach selber. Ja. Hast du dir mal Ansible angeguckt? Ja, ich benutze auch Ansible, äh, dienstlich. Wobei ich sagen muss, ich benutze Ansible, äh, ich tue da jedes Mal so den Staub von der Oberfläche abkratzen. Also, ich benutze Ansible, weil ich ja doch ein paar mehr, ähm, Server verwalte, um dort, äh, monatsaktuell dann nochmal Updates zu machen, die nicht von den unintended Upgrades abgewickelt werden können, weil sie eben eine Bestätigung brauchen, weil es dann doch eine Änderung gibt. Das tue ich quasi einmal auf alle unsere Systeme mit Ansible ausrollen und im Nachhinein gucke ich, was kaputt gegangen ist und fixe das schnell. Perhand. Hm, hm, okay. Also ja, also Ansible wirklich nur so im Groben, ich weiß, wie es funktioniert, ich kann so halbwegs mit Playbooks umgehen, aber das war es dann auch schon. Wirklich jetzt Infrastruktur ausrollen, wozu es ja auch mitgedacht ist, hatte ich noch nicht die Nötigkeit zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Terraform wurde auch noch genannt, Infrastructure as Code. Aber das ist ja auch wirklich wohl für viele Systeme, also wenn du jetzt hier tausend Stück ausrollen willst oder so, oder? Da ist es ja ähnlich wie, du möchtest quasi anhand deines Manifests irgendwo eine Infrastruktur beschreiben mit so und so viel Posts und ähnlichem. Das ist ähnlich dieses Verhalten, wie ich es jetzt ganz gerne habe. Mein Programm ist immer gleich, weil ich immer eine Config habe. Also so ähnlich ist es so, also das, aber ja, das macht nur dann Sinn, wenn du wirklich massig Server hast, die irgendwo einem Projekt oder einer Struktur zugeordnet werden sollen oder ähnliches. Also, das ist für den einzelnen Server zum Hochfahren schon fast zu viel. Ich glaube, dann bist du mit einem Server, glaube ich, sogar noch schneller, wenn du es bei Hand machst. Ja, es kommt darauf an, wie du es machst. Also, wenn du sowieso weißt, wie du das machst von der Art und Weise, aber wenn du es dokumentieren willst. Also, ich sehe meine Skripte auch so ein bisschen als Dokumentation dafür, um einen gleichbleibenden Zustand auch wiederherstellen zu können und das auch in relativ kurzer Zeit. Also, die Zeit, die ich reingesteckt habe in diese Skripte, um die zu entwickeln, zu testen und sowas, das, insofern lohnt es sich nicht, wenn ich allein die Zeit sehe, im Gegensatz zu dem, wie lange es gedauert hätte, das bei Hand zu machen. Aber, dass ich es wirklich nochmal wieder so aufsetzen kann und das eben auch in kurzer Zeit, das ist mir relativ wichtig dabei und, ja, darum habe ich mir da die Mühe gemacht. Ich hatte mal von einem Programmierer gehört bekommen, Quellcode ist ja auch eine Art Dokumentation, also stimmt ja auch irgendwo. Theoretisch, ja, wobei ich auch noch Kommentare dazu packe, um das auch wieder leichter nachvollziehen zu können, wenn ich nach einer gewissen Zeit da wieder reingucke. Also, es sind auch teilweise so Begründungen bei für so obskure Sachen. Warum ist das so? Und dann steht dann dabei, ja, das ist übrigens deswegen, um das und das zu umschiffen. Es gibt ja häufiger doch solche Dinge, die nicht naheliegend sind, die man aber konfigurieren muss, damit man das richtige Ergebnis rauskriegt. Und sowas steht dann auch nochmal mit dabei. Also, es ist so ein Zwischending zwischen Dokumentation und ausführbarem Code letztendlich. Ich will da echt unten irgendjemand seine Bum-Bum-Bum-Musik anmachen, aber das Noise-Gate scheint zu funktionieren. Ja, also. Bis jetzt im OBS kommt noch nichts an. Im OBS kommt auch noch nichts an. Ja, hast du auch diesen tollen Stör-Geräuschfilter an? Ne, hier im OBS selber, ja. Dann ist das ja alles gut. Das brauche ich ja, ich wohne ja an der Rennstrecke. Ja. Das ist ja leider Gottes der Gegebenheit geschuldet. Ja, also, die zwei Wochen waren irgendwie im Sommer noch nicht sonders berauschend. Außer eben so ein bisschen das, was einen so dienstlich, ja, dann doch mal die Gedanken kreisen lassen hat. War schon mehr oder minder interessant. Wie gesagt, E-Mail gehört eigentlich immer noch abgeschafft, aber dann hat man keine Alternative. Also, es ist schwierig. Oder ein bisschen in dieselbe Richtung E-Mail, Stichwort Resilienz. Das gab jetzt einen Artikel bei Golem darüber, dass ein Radiosender einen Cyberangriff hatte. Also, dass die ganze Technik, die ja drin hatten, funktionierte nicht mehr. Und die haben das Ganze dann auf Analog-Modus wieder umgestellt. Also, die haben ein analoges Mischpult wiederverwendet, einen externen CD-Player, um Musik einzuspielen und sonst irgendwas. Und die sind damit wohl ganz gut zurechtgekommen. Und die haben sogar einen Preis dafür gekriegt, dass sie es halt hingekriegt haben. Also, ein grundsätzliches Problem, was ich auch immer dabei sehe, wenn man sich auf eine Technologie eingeschossen hat, sich darauf verlässt, dass das halt immer funktioniert. Das ist eigentlich immer ein schlechter Weg. Also, es kann ja immer irgendwas passieren und man muss irgendwie noch einen Plan B und Plan C dafür haben. Von daher ist es auch gut, dass wir sowas wie Faxgeräte immer noch haben. Egal, wie beschissen das eigentlich ist, irgendwann aus 70er oder es ist noch älter. Ja, also, es ist ja eigentlich Quatsch. Aber im Falle, dass mal wieder ein Krankenhaus mit irgendwelchen Viren lahmgelegt wird, ist es gut, dass es sowas noch gibt. Sodass man immerhin wichtige Dokumente über eine Telefonleitung nochmal schicken kann. Ja. Das auf jeden Fall ist nur beeindruckend, einerseits wirklich, dass sie es hingekriegt haben mit dem Radiosender, dass sie die Technik noch nicht entsorgt haben. Ja. Du musst es ja immer noch vorhalten, das ist es ja. Wie ist denn das dann eigentlich mit dem, stand das irgendwo, was mit dem Programm passiert ist an Songs? Sind die dann so zehn Jahre nach hinten geschmissen worden? Oder haben die trotzdem aktuelle CDs nachgekauft, wenn das überhaupt noch geht? Also, in dem Artikel stand drin, dass sie wohl noch CDs von den Anfangstagen des Senders gefunden haben. Irgendwie so ein Koffer stand da noch rum, der wurde noch nicht entsorgt. Und den haben sie am Anfang genommen. Und sie haben sogar gedroht damit, dass sie selbst singen oder sich dabei auf der Gitarre begleiten. Ja, aber CDs kannst du ja immer noch irgendwie kaufen. Also, ja, wahrscheinlich, oder? Oder gibt es irgendwas, was man nicht mehr wirklich auf CD kriegt? Klar, ich denke mal, die Bekannten kriegst du immer noch alle, ne? Vermute ich mal, aber der CD-Markt an sich ist ja auch am Ab-Ebben. Also, ja. Im Gegensatz zu Vinyl. Vinyl kommt ja wieder. Das kommt wieder. Ja. Ja, man muss sich wundern, ne? Also, ja. Oder selbst Kassetten, Audiokassetten. Die werden bei einigen Sachen ja immer noch neu produziert. Also, Hörspiele. Ja. Okay. Ach so. Also, die werden immer noch als Audiokassette produziert? Das muss ich noch nicht. Auch aktuelle Folgen. Also, bei den drei Fragezeiten auf jeden Fall. Da machen sie Audiokassetten immer noch. Das ist ja anderswild. Das ist ja anderswild. Das ist anderswild. Und die kosten nicht mal viel mehr, als wenn du es auf CD kaufst. Oder, ja, keine Ahnung, als DRM-verseuchtes, sonst irgendwas. Und da kriegst du auch Schallplatten. Also, es ist irgendwie, hm. Ja. Analog ist halt schwerer hackbar. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Stimmt. Interessant. Ich glaube, mit der, äh, mit der interessanten, äh, mit dem Fakt können wir abschließen, würde ich mal behaupten. Das stimmt. MC ist nicht tot zu kriegen, sagt Uber, ja. Ähm. Also, ich glaube, da die Hörspielfans sind nochmal eine Kategorie für sich, dass die das wirklich noch so haben wollen. Denn die, die Bänder von damals, die sind ja auch nicht mehr so gut. Die sind zum Teil ja nun wirklich auch schon vergammelt. Jedenfalls bei den Sachen, die, die ich so hatte, die habe ich vor, keine Ahnung, zehn Jahren, wollte ich nochmal gucken, was funktioniert davon noch. Das war nicht mehr so dolle. Ja. Eine CD hat es vielleicht auch nicht überlebt. Also, gerade die ersten hatten wohl Probleme mit, äh, der Beschriftung, dass sich die Beschriftung in den Lack und dann in diese Datenträgerschicht reingefressen hat, sodass die Dinger nicht mehr abspielbar waren. Tja, Band, ach, Bandlaufherke, ja. Ne, die sind ja auch nicht tot zu kriegen. Aber ich wollte nochmal ganz kurz vom Atlantis-Pegasus, äh, drauf eingehen. Wieso hat man zum Mail keine Alternative? Call-up-Tools mit Shared-Documents wie Jira, Wiki und Chat erledigen das doch auch bestens. Also, ja, wenn das Gegenüber das akzeptiert und mitmacht, aber wenn du jetzt, sag ich mal, breit gefächert aufgestellt bist und da wirklich das Gegenüber nicht, äh, so technisch affin ist, dann brauchst du wieder ein Medium, was am besten noch, äh, Rodemgeräusche macht, wenn es losgeschickt wird. Da ist, da sehe ich immer das Problem. Also, Mail ist so scheiße alt, also, ähm, das hat halt jeder und das kann halt jeder irgendwie. Und da gibt's, also, ich, 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 ich darf immer nicht so drauf, drauf hauen auf, auf, auf Mail. Es gibt aber wirklich, ich, ich hab da teilweise mit anderen, äh, Administratoren zu tun, ähm, haben das SMTP-Protokoll bis heute nicht verstanden und, äh, wie das eigentlich so funktioniert und dann kommen sie mit ganz utopischen Sachen und dann sagen sie, ja, aber Datenschutz und so, ja, aber das, was sie mir da anbieten, ist Quatsch. Also, es ist technisch gesehen, ähm, Rumbug, ähm, ja, also, obwohl es so alt ist, ist es noch nicht irgendwann angekommen, aber irgendwie jeder hat's und, äh, ja, und ich, ich würde auch ganz gerne, äh, irgendwie so ein innerliches Chat-Tool für Firmen sonst da wie haben, aber du kommst zum E-Mail nicht mehr, also nicht anderweitig rum, zumindest nicht breit aufgestellt. Genau, Pegasus, das kommt ja noch dazu, dadurch, dass wir so, so, äh, ja, stock, stocksteift uns quasi auf die Schiene gesetzt haben und die wird jetzt zu Ende gefahren. Das, das ist das Problem. Ja, und wie willst du die Alternativen zu den anderen Leuten kriegen? Ach, das ist, äh, da können wir noch ganze Abende befüllen, aber dann, 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 dann wäre ich nur depressiv, das, 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 das machen wir mal nicht. Den Stimmungsenkel haben wir damit schon erreicht. Ja. Haben wir noch was Positives für, äh, ich glaube, naja, wir sind ja auch schon über eine Stunde dabei. Noch was Positives für einen Abschluss? Haben wir was Schönes? Weiß ich noch nicht. Nee, nicht wirklich. Also, was jetzt nun wenig mit, äh, Open Source zu tun hat, ist, äh, Julian Assange ist, äh, freigelassen nach, äh, über zehn Jahren. Ist jetzt kein Open Source Thema, aber das hat jedenfalls für ihn jetzt ein Ende gefunden. Die Reise ist wieder in Australien angekommen, ohne in den USA irgendwo, ja, äh, auf ewig eingesperrt zu werden oder das weiß ich. War das nicht England in einem, ähm, in einem Spezialgefängnis in England? Äh, da war er erst, aber die Amerikaner wollten ihn ja eigentlich haben, um ihn, keine Ahnung, äh, vielleicht amerikanische Verhältnisse, 500 Jahre, äh, irgendwo wegzusperren. Die haben ja immer solche hohen Strafen und irgendwas war auch mit Schweden, mit so ganz komischen Vorwürfen, die sich aber nie bewahrheitet haben und, ach, was war denn da noch? Es ist alles so ein bisschen dubios gewesen, aber eigentlich waren es ja die Amerikaner, die ihn irgendwie haben wollten und, naja, ja. Also das hat jetzt ein Ende gefunden, ja. Ja, über, waren das jetzt genau zehn Jahre oder schon über zehn Jahre, wo er da, ähm, ähm, ich denke schon mal fast über, oder? Ne, müsste. Also, und im Endeffekt wollte er eigentlich nur, äh, ja, ein paar Ungereimtheiten und Ungleichheiten publik machen und wurde da mitunter, was war das, Volk, Volk, nee, äh, Staatsverrat? Ja. Ja, also, ja, Geheimnisverrat und sowas. Also, zum Teil kann man das sogar nachvollziehen. Also, das ist, äh, also die, die großen Fälle, die so publik gemacht wurden, wo es auch um Kriegsverbrechen von den USA ging, ähm, das würde ich sagen, ist gut, dass das gemacht wurde, aber es gibt so andere Fälle, wo, äh, journalistisch nicht gut gearbeitet wurde. Also, wo wirklich sehr viele Leute drunter gelitten haben, unter Veröffentlichung, was nicht hätte sein müssen und es wurden, wurden Dinge auch nicht überprüft, es wurde eher sowohl Masse statt Klasse gemacht. Also, von daher einerseits, andererseits, ne? Mhm. Ja, aber, ja. Unglücklich gelaufen, also, um Gänze. Aber ist ja auch, ja, ist, äh, was heißt schön? Also, eigentlich ist es nicht, nicht schön, dass er ins Gefängnis musste dafür, aber eigentlich ist es jetzt auch wieder schön, dass er dann zu seiner Familie zurück darf. Ne, kann. Dürfen ist ja, ja, kann wieder zu seiner Familie zurück. Ja, es gibt auch analoge Dinge, ne? Sowas wie Dorfeste. Ja. Ja, gibt es ja bei uns auch hier, die Kieler Woche. Auch voll analog. Muss man noch selbst hin. Und da kann man auch analog ins Hafenbecken fallen, weil man nicht aufpasst. Dass es dann auch analog richtig feucht. Mhm. Ja, ja. Da sollte man auch irgendwann mal analog schwimmen gelernt haben, ansonsten wird es ungünstig. Oder das Hafenbecken war noch ein bisschen tief. Ja. Ich weiß nicht, ob man da, obwohl, ne, die Wasserqualität soll aber auch besser geworden sein, aber das möchte man, glaube ich, trotzdem nicht. Ja. Naja. Also in... Darum seid ihr hier, weil heute und morgen keine ERM ist. Ach so. Darum. Wir sind also bloß das Zweitprogramm. Können wir das jetzt auch... Wenn wir schon die zweite Wahl sind, können wir es auch beenden. In dem Sinne, schön, dass ihr alle da wart. Schön, dass ihr alle zugehört habt. Schön, dass du wieder da warst, Hauke. Ja. Schön, dass du es wieder so weit eingerichtet hast. Und überhaupt, ja. Genau. Ja. Und heute eigentlich nur einmal kurz mit Pixelbrei, oder? Das war jetzt halbwegs stabil. Nee, 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 ich bin die ganze Zeit matschig. Aber ich... Ach so. Also bei mir geht die Übertragungsrate runter. Ich weiß nicht, warum. Also ich kann immer kurzfristig mal rumruckeln an dem Parameter hier. Ich kann ja noch einmal hier zum Abschluss machen. Mal gucken, ob da wieder hoch geht. Ich gucke hier immer in gewissen Abständen bei mir rein, in den Online-Monitor. Also mein Upload ist es nicht. Also es muss schon quasi so ankommen beim Video-Ninja. So, jetzt geht die Rate wieder hoch. Und jetzt wird das Bild bei Twitch auch wieder klarer. Jetzt, ja. Ich will meine Vorschau bei Twitch anpassen. Ah ja, hast recht. Jetzt ist... Jetzt ist super. Jo. Ja. Ich hab keine Ahnung. Warum? Also es kann bloß KI sein, dass sich das immer wieder runterregelt. Warum auch immer. Ja. Ja, genau. Das ist einfach nur Gängelung. Ja, das auf jeden Fall. Da will uns jemand ärgern. Klo. Aber mir ist es eigentlich egal, wie das Bild aussieht, solange der Ton passt. Also da hab ich immer das Haut. Und merkt drauf. Genau, genau. Ja, bei dir geht es jetzt ja auch gleich noch weiter, oder? Genau. Im Anschluss geht es weiter. Lass mir erst mal ganz kurz hier das Ende finden für die Folge. In diesem Sinne, macht's gut. Und... ... ... Vielen Dank.